Bei meinen Fotoshootings baue ich mein kleines Set auf mit Beleuchtung, mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Spiegel, Metallplatten, Hintergründen. Ja, und dort arrangiere ich dann Körper, zum Beispiel hier als Blumen oder Fische, füge kleinere Teile hinzu, verändere wiederum den Einfallswinkel von Licht, suche mir irgendwie ein spannendes Gesamtbild im Zusammenhang mit der Beleuchtung. Ja, und dann nehme ich meine Kamera und mache sehr, sehr viele Aufnahmen, meistens mit dem Makroobjektiv, suche mir spannende Ausschnitte raus, zoome heran und lege erst mal ein großes Archiv an möglichen Bildern an. ... ... ...